Ne, gestern hab ich bis um drei glaub Netflix bei Philipp geschaut Ne, nice Wenn ich den Zugriff hab, bin ich gestern zum ersten Mal rein Und was hast du reingezogen? Äh, Ding Narcos, die dritte Staffel Ah, bist du durch? Ne, ne, ich hab gestern erst angefangen Achso Hab mal drei Folgen gemacht dann Ah Jetzt leecht jeder bei Philipp im Netflix mit Hehehe Ja, ich bin jetzt auch schon wieder durch eine durch Du weißt, hast du angeschaut? Das ist Taro Ok Narcos, hast du schon nicht angeschaut? Nein Schau dir, das haben wir echt mega gut Na, muss ich mir überlegen Aber wenn du jetzt schon bei Philipp im Netflix rumkammelst, dann Halt nicht gleich Wobei ich kann ja zum Anja rein, also das geht auch Hehehe Fällt hoffentlich nicht auf Jetzt muss man sich halt absprechen, wer wann reingeht Ich könnte jetzt denken, wir haben voll die Schnorre, aber nein Das stimmt so eigentlich gar nicht Also ich muss ja sagen, ich hab meinen eigenen Hehehehe Ich hab Amazon Hab ich auch Hehehehe Beides kann ich mir nicht leisten, dazu verdiene ich zu wenig Geld Und Magstorm auch Magstorm Hä? Macht doch keinen Unterschied Oh, irgendwie Ich kann mich nicht mehr bewegen Oh, kann ich mich nicht bewegen? Was hast du mit mir gemacht, Kevin? Ich hab mich mit dir verbunden, damit ich dich nachher meine Ulti ziehen kann Hehehehe Ich glaub Alex weiß nicht, wie die Ulti funktioniert Der hat Marvin noch nie eingesetzt Also ich kann nicht mehr meine Ulti nachher in mich reinziehen Dann bist du in mir drinnen Und dann musst du steuern, in welche Richtung du fliegst Hä? Was? Dann musst du quasi wieder in die Gegner reinspringen Ja, aber warum hast du die Ulti eingesetzt, Marvin? Die hab ich oft genug, um dich zu retten eingesetzt Nee, ich bin noch nie irgendwo geflogen Ja Wenn ich dich reingeschmissen Also reingezogen hab bei mir Und du dann in irgendeine Richtung zum Fliegen drückst Dann gehst du da hin und alle Gegner werden hochgehauen Ja, so wie Malfight Ulti Ja, voll rein! Ja, aber bist du dein Ulti erstes Weihnachten? Mhm Kein All-In-Level 2, würd ich sagen Hab ich aber noch keine Ulti Ja, deswegen sag ich ja Ein All-In-Level 2 Ich glaub ich hab die kleinste Attack-Range im Spiel Vor allem du kannst den Auto-Attack auch nicht abbrechen Das find ich richtig schlimm Nein, kein Auto-Attack abbrechen Dafür bist du immer in Bewegung, ne? Ja, nice Ja Kevin, wir müssen vor dir in Level 2 werden Ja, vergiss es Der Supporter hätte gern sein ADC wieder Ja Er ist ja wann ist man da nicht mehr Level 3 Die haben jetzt den Jungle geändert Bei Mami läuft's Der Early-Game ist im Jungle jetzt schwächer Boah, jetzt hätte ich denken Boah, jetzt ist Crapen, das wär geil gewesen Das heißt, die Jungle-Livellen nicht mehr so schnell Die können nicht mehr so frühe Gangs machen Und was ganz wichtig ist Diese komische Krabbe, wo in der Mitte ist Die bringt jetzt sehr viel Erfahrung und sowas Echt? Hat mir das vorhin jemand gesagt? Kein Wunder hab ich vorhin versagt mit dir Ich war noch voll im Alten drin Oh Gott, Alter, was war das denn? Ey, ich find voll der schlechte Blitzcrank Hey, ich lauf einfach mal rein, ich hab eh kein Leben Trägen, mein ich lauf schon nicht gut Nee, nee, ich dachte eigentlich nur Vielleicht macht er so einen Panikflash Alter, mach dich Ja, auf dich drauf, um dich zu kehren Ich geh mal weg Passiver Blitzcranker ist auch irgendwie schwul Blitzcranker ist auch irgendwie schwul Ah ja, da kommt bald ein neuer Supporter raus, Alex Was? Blitzcrank? Nee, Pyke heißt der Mit dem damage Supporter Mit dem du belohnt wirst, wenn du dem ADC Kills klaust Nice! Oh man! Marvin! Das ändert ja dann quasi nix Ja doch, weil der ADC das volle Geld kriegt Hm Ich glaub irgendwie so war das Jetzt volle Rakanereien Jetzt kill ihn! Hey, ich versuch mal mein Glück, okay? Juhuhuhuhuhu No Lauf, Alex, lauf! Ah, der kommt nicht weg Nein! Saug nicht wahr sein Nein! Ach man! Scheiße, dass die mich in den Hasen verwandelt hat Das hätt ich mein E auslösen können Dann wär die wohin gestorben Ja Jetzt sind äh, zwei von uns gestorben Oh! Wir haben ihn noch gekriegt Ja, eher so semi-gut Kevin Noch gestorben Bitte? Noch gestorben Jaja Sogar die Ari hat ihn gekriegt Weiß es Kick-Brett der Jungler echt? Mhm Cool Ist ja normal, Kendrick, da sind wir Jungler Egal, der Ari ist der Kill glaub ich eh besser als auf mir Weggefickt, würde ich sagen. Hart versagt. Miner, Miner, Miner. Was meinst? So, jetzt haben wir eine Win mit zwei Kills. Nein, eine Win. Eine Win mit zwei Supports. Nein, das ist auch nicht besser. Was ist nix los? Boah, das ist gerade gestorben. Weil der Jungle kam schon auf der Borderline ganken. Von denen. So, so. Komm, ich geh gleich rein. Ja, dann geh mal. Sieh doch raus mit E! Oh Gott! Kevin! Was denn? Du kannst die Sterben wieder rausziehen. Ja, aber ich war nicht in der Range. Ach so. Sie ist low übrigens dann auch. Boah! Sie ist gut! Das ist nur so eine Mini-Range, echt? Ja. Das ist halt so eine Twitch-Range. Ey, Kalista hat allgemein eine Mini-Range auch mit Auto-Attacks. Das ist die kleinste Auto-Attack-Range von allen ADCs. Heute halt. Oh, ich glaube ich sterb hier. Oh no! Das ist echt an dem Ding. Oh, ich will doch nur den Ticken haben, man! Ja, wenn du den mit der Fähigkeit kriegst, bringt das gar nichts. Natürlich! Wer spielt hier Support? Du oder ich? Nein! Na komm du Kleine! Da wird das nichts mit meinem Board-Item! Können wir den nochmal ziehen auf Bad? Klar! Ich kann auch das! Siehste! Jetzt killt sie! Wenn ich schon sterbe und mich opfe, dann killt sie! Ja! Ihr macht da was falsch! Geht's! Ganz ehrlich, clap off top! Kalista macht irgendwie nicht so viel Schaden! Ich! Kalista! Ja! Ihr macht beide nicht so viel Schaden, wenn ich das so sagen darf! Wenn Schaden der nicht gemacht hat, der war so abartig gering! Trotz Auto-Attacks und dann noch E! Und Q! Ist ja heftig! Naja, die hat halt auch das fette Schild gekriegt! Wayne muss drei Auto-Attacks treffen und dann bin ich halb Stunden halt tot! Und Drake hat einen Sound! Und mit Lane! Oh shit! Oh shit! Aber jetzt kann ich Marvin aber Alex reinhauen! Super! Havi bleibt dran! Havi bleibt dran! Töp! Meins! Nein! Das darf nicht wahr sein! 3-0 Gefeederte Wayne läuft! 3-0 Gefeederte Wayne läuft! Jo! Hi! Guck mal, ob ich dich noch retten kann! Geh immer drauf auf wen! Oder rennst du einfach nur davon! Ich bin nicht besser, denn von dem her... Komm schon, drück doch ab! Gibt's doch nicht! Ach komm. Wo gehst du jetzt hin ganken? Kann man die Zoe eigentlich nicht anwählen, oder wie? Oh oh. Lauf, lauf! Der hat ihre Ulti aktiviert. Von den? Ja, von der Kindheit. Ich konnte die beim besten Willen nicht anwählen. Das war die falsche Richtung. Warum die falsche? Das war die richtige, das war der Gegner. Als ob ich da rein springen müsste. Ich komm mal nochmal auf Pott. Wer hat nen Kill gemacht? Scheiße, du. Geht ihr da rein oder nicht? Klar, mit nur Leben. Ihr müsst ja nur ziehen. Ja. Kann ich schon noch ziehen, Alex? Oder? Oh Gott, oh Gott. Kannst du es lonen? Oh Gott. Jetzt musst du es lonen. So gut. Ja, Mann. Wer kriegt keinen Support? Ja, Mann. Ich. Ich hab ja gesagt, geht rein, aber nie. Ich hab zwar keine Ahnung, wie ich sie jetzt bekommen hab, weil ich war nicht meine Rage drin, aber. Ich glaub du hast keine Ahnung, wie man den Charakter spielt. Kann das sein? Ich glaub ich auch. Nö. Deswegen spiel ich ja noch. Ich glaub die Bottom-Lane ist, was Ahnung von ihren Charakter angeht, ziemlich scheiße. Ach. Oh Gott. Ich glaub auch irgendwie grüß grad der Gegner, wo du hinläufst, Marvin. Wir müssen einfach nur Waynes Ulti rausbaiten und wenn ihr die gemacht habt, dann können wir, muss Marvin kommen und dann können wir killen. Nö. Oh, ich bin lustig. Erstmal alle flamen. Das ist ein Wort. Toll, schön für dich. Das einzig Gute am Blitzcrank ist, dass wenn du stirbst und deine Ulti eingesetzt hast, bis du wieder auf der Lame bist, hast du die Ulti auch wieder. Ich habe mich da nicht reingetraut, sorry. Ist okay. Ich übrigens auch nicht. Aber ich brauche dir nochmal. So, was soll man holen? Der Verwandte ist gleich direkt. Lacker. Hätte ich ihn erwischt, wäre er tot. Hoff ich doch. Wahrscheinlich nicht, aber hey. Alter, ein Auto-Attack von der. Heyo. Die ist gefiedelt. Mach mal Blue oder fragt die Ari, ob die Blue will. Oh oh. Kann ich glaube nochmal ausprobieren. Lass die irgendwie raus. Ah, die Zoe kommt auch runter. Die ist schon unten. Ja, danke. Wenn du sagst, wenn sie gerade rein sind. Ja, ich habe die erst hier gesehen. Ich bin kein Mitlehner. Ciao. Ciao. Boah. 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 Ich bin tot. Ja, ja, ich meine. Ja. Ich habe gedacht, er hat Marvin jetzt noch bei mir. Der war ja auch. Also so. Irgendwo halt. Das ist doch blöd. Verstell dich mit spielen, oder was? Kleinen Bock mehr. Oh Gott. Den kriegst du. Den kriegst du. Den kriegst du. Aber doch, die Tari kommt. Erstmal flamen. Komm schon, die wollen gleich sicherlich Dings machen. Oh, die sind alle in der Mitte. Oh. Kann ich eh nichts machen. Alex, rein. Je nachdem, Marvin komm. Ja, ich geh da rein. Ich kill alle. What? Was? War so klar. Oh. Yes. Calculated. Oh. Nein, der hat's neu belebt. Nein, 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 nein. Oh, Wayne ist oben. Oh, Wayne ist oben. Oh nein, das Flam geht los. Ich helf dir mal. Wem? Ich mach dir hinten einfach schön die Ding. Juhu. Ich mach den vorne den Towersigern. Pass mal auf, weil die ist wirklich gefiedelt. Wo ist stark? Na, drei sind Mitte. Hansi, sterb, ich schluss tatsächlich, ja, wo ist sie, haben wir gleich den nächsten Taur, so lange die da noch alle rumstehen, also drei waren, also einer Mitte, einer war Richtung Bot unterwegs und einer SoftBot, oh guck mal, wo die sind, ja, mit Drake dafür, jetzt hab ich ganz zu tun, versuch mal den Bot Taur zu halten, ich komm, ich komm, so, wir haben den zweiten Taur, ja, jetzt kommen die bestimmt zu euch, ja, wahrscheinlich, sicher, sicher zwei Taur erreichen, machen Blue, oh nein, da kommt die Dings noch, ja, und, das ist eine Person, oh, der macht ganz schön viel Schaden, der macht verdammt viel Schaden, hat der immer gefiltert, ja, nicht wirklich, der macht halt das Schaden. Ein anderes, ein bisschen schaden, als ob Sie das schaden, das ist eine Und hat das Viech? Nein, hat es nicht. Schade. Ich wurde gerade dafür beleidigt, dass ich keine Kiddes habe. Das ist auch nice. Ich versuche mal noch auf Top zu gehen. Oh, 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 sind da viele? Wow, wow. Top sind zwei. Also hier sind aber auch zwei. Ja, weil die getauscht haben. Ich traue mich jetzt noch nicht gerade rein, hier. Ja, ach so. Oh, 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 oh. Komm, Alex. Ach so. Dann kommt mir das niemand. Wuhu. Pfl, du gehst mir nicht weg. Hast du, oh, oh, oh. Ja. Ich wollte dich Ari noch sterben lassen. Kommt ihr oben klar? Nee. Ich bin zu dritt. Ja dann verteidige Kevin Tower. Gegen zwei Nahkämpfer. Ich und Kevin machen den Bottom Tower kurz. Easy, ne? Speed Tower. Wer kommt da jetzt? Genau. So. Sehr gut. Gehen wir mal zurück. Can I dance dance? Dance and somebody dance. So, so langsam geht es die Runde Kalista. Ja, sehe ich auch. Was ist echt wo? Hansi, wie viel sind bei dir? Ähm, ich glaube mindestens 2, ich weiß nicht so genau. In der Mitte? Ach man, ganz ehrlich. Ähm, ich... Ohohoho, ein Schlag. Tschüss Marvin. Ne, ich habe den Heal eingesetzt. Nein, das hätte ich nicht müssen. Sicher ist sicher. Die macht da mit einem Schlag so viel Schaden, ne, brutal. Ja, der hat aber, ich glaube, Statics auch noch ausgeführt. Oh, kommst du mal. Oh, kommst du mal. Tram, 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 tram. Oh, kommst du mal. Ich muss mal Drake machen. Oh, da kommt der Knau. Komm, mach den Ding. Ja, okay, lassen wir uns mal zum Drake gehen. Oh, Knau. Pass, Drake. Pass auf, pass auf, da kommt Wayne. Doch Wayne, dega. Oh, da ist auch Zoe. Ja, und dann wohl kein Drake. Maybe not. Wir müssen halt aufpassen, weil sonst holen die jetzt gleich Mitte. Und Drake und alles und sowieso. Oh, aber Zoe kommt da. Guck, ihr, wenn ihr jetzt nicht stehenbleiben. Komm, Mitte. Oh, Mitte ist langweilig. Das kann jeder. Oh, oh, I fuck up. Ja, nice. Boom. Alter, Kalista, man. Ja, die sind auch nur auf mich gegangen, ganz ehrlich. Warte, ich war sehr oft noch tot, aber sie sind nur auf ihn gegangen. Ich war doch nicht tot. Mach's doch nochmal, Drake. Oh, ja, ich helfe dir. Ach, sie sind nur auf dich gegangen, aber du bist nicht tot. Das ist jetzt eine nette Art. Ja, aber mein Leben ist abartig runtergetroppt. Ja, dabei waren andere schon tot. Achtung, da kommt Dings. Lulu. Oh, mein Gott. Verteidigt den Drake gegen Lulu. Nein. Hey. Yo, 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 der kommt einem Ding. Dazu. Nice. Nice, 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 nice. Ups, ich hab vergessen, Ding zu Kopf. Das ist schon wieder, na, egal. Ich mach mal Red, wenn's okay ist. Nein. Water in der Mitte ist Ding. Wayne. So, ich muss mal back, ich hab 3000. Ja, der Red ist doch gar nicht da. Doch, ich hab ihn ja auch gemacht. Also. Also. Na, auf, bot. Fuck, wie die reingeht. Tschüss. Oh, ho, ho. Tschüss, Marvin. wahrscheinlich barren. Ich kann hier halt nichts gegen machen. Easy, geh rein. Okay, der Gnar trollt nur noch. Sehe ich schon mal gut. Ich mach jetzt echt den Schaden der Hölle. Oh, sollen wir da hingehen? Ach warte, das ist nur Arie, die stirbt, die soll sterben. Kannst nicht verdienen zu leben. Kommt der Supporter. Ich hab schon wieder vergessen die Seiten zu kaufen, egal. Ach nee. Ich komme, ich komme. Ich rette alle. Nice. Nice. Okay. Hast du dich noch einmal erwischt? Ach. Nein! Da war ich richtig ein gelaufender Typ. Ja! Jerry José, die diese örtlichen падenden Meyerin rutschte. Eine weitere andere Kinder! Wie? T игрiert zum Marken! BМ. Mhm. Macht ihr unten? S también. Ar ge React. Natalea! They are up. Pusht einfach hier den Tower rein. Pusht mal Bot gegen. Denkst du echt? Gibt mit mir Dealen hier. Bam 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 bam. Alter, wenn der Attack Speed mal abgeht, ist er brutal. Schade, so langsam reagiert. Komm auf Bot. Ja ja, komm auf Bot. Ist ne gute Idee. Tot. Schade. Schade. Jetzt kann ich mich nicht entscheiden, wen ich nehm. Und tschüss. Ich würd sagen, du stirbst. Und ohne irgendjemanden zu nehmen. So, jetzt muss ich nur hoffen, dass die nicht ganz durchkommen bis dahin. Warum, ich leb in zwei Sekunden wieder. Wenn ich leb, ist alles abgewehrt. Alter. So spielt mein Kalista. So spielt mein Kalista. Wow. Wie so schlecht ist der Kalista ever. Alter, 12-4. Sehr nice. Von woher? Weiß nicht, aber irgendeinen Moment ging es dann ziemlich her. Ich würd sagen, das ist der Supporter. Irgendwann hatte ich hier Tag Speed, mein erstes Tag Speed Item. Und dann... Ja, weiter. Achtung, oh wow. Hansi, bei dir sind sie alle. Lauf mal durch den Jungle weg. Das sind nur zwei. Und ich komm. Ich rette Haie. Ich hab ein Herz für mich. Knarsch auf Bot. Ja, das sind schon drei. Sind vielleicht auch mehr. Ja. Guck, vor mir haben die halt noch Respekt. Die ist beim Grump, die ist beim Grump. Oh, ich geh mal Bot, ne? Ja, dann laufen wir mal. Komm, 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 komm. Nein, das war einfach der Falsche. Mein Minion. Ja, nein. Achtung, Hansi, die kommen jetzt wieder zu euch. Uuuuh. Uuuuh. Ja, ich dachte so nicht so gut. Alex, hau ab, hau ab, hau ab. Die kill ich alle. Ach, genau. Was? Bleift mich halt unterm Tower. Jetzt. Ich hab gedacht, du machst dir den Killerschaden. Ja, wie denn? Wenn ich dahinten irgendwo bin. Ich zieh dich extra raus, damit du auf Leben kommst. Du kommst vorneweg nicht weg, geh. Jetzt könntet ihr die. Zack, der macht keinen Schaden. Ein Schuss und alles tot. Ja, aber nicht, wenn ich da hinten an der anderen Seite von der Mauer bin. Ich kam nicht mehr ran mit meinen Autoattacks. Ja, ist rein. Volle Tanne. Gegen fünf, bin ich behindert. Nicht irgendwo in der Base rumstehen. Da machst du keinen Schaden am Gegner. Uiuiuiui. Ja, ich will auch in den Knarkkill. Hier kannst du knapp drauf gehen. Nein, ich will in den Kill. Leute. Ich will. Ich will in den Kill. KS. Oh. Jetzt klebe ich mehr Blue-Buff. Gehen wir mal helfen mit der Ari noch in der Mitte. Ah, nee, da helfen wir eigentlich nicht. Ich helfe Hajo. Hajo hat's verdient. Gehen wir halt auf den. Ja, aber ich bin der Split-Push-Killer. Ich bin der Split-Push-Supporter. Supporter! Toil, 15 Kills. Hier ist übrigens ne Zoe. Ah ne, das ist gar gar nicht Zoe. Das ist Zoe. Nice! Das ist ein Teeper. Das ist Ziel. Wie viel Kills ich einfach nur mit meinem Kuchen holen? Das ist so Beste. Das ist so, Alter. Das ist so. Das ist die Tüte. Das ist die Tüte. Das ist der Tüte. Das ist der Tüte. hier. Nice, nice. Jetzt Marvin, mach'n Baron. Allein. Ja, natürlich. Go, go for it. Das wird gleich stürmt, aber die anderen kommen. Go, Marvin, go. Okay, hau ab, Marvin, die Sturz. Ja, das wird nix. Schüss, lieber den Turm. Jetzt macht er die Minions. Ich muss mich heilen. Ja, super. Bei Baron hast du dich auch nicht geheilt. Du brauchst dich da in den Minions auch nicht heilen. Was machen die den Baron? Guck, schau dir mal die Wayne an. Schau dir die Wayne an. Die schafft's. Die schafft's allein. Oh Mann, das wird auch einspielen und stieren. Ja, die sehen dich übrigens. Yes. Yes. Ich hab'n Baron. Woher kommt der jetzt? Das find' ich gut. Hier sind es nur zwei. Okay. Okay. Das find' ich gut. Schade. oh geht die auf dich und nicht auf die weil die wüten auf mich, weil ich der bessere ADC bin ah ja, auf jeden Fall da rand ich ja, ja BAM, alter Calista-Main